Man, das war vielleicht eine Bauchlandung. Das Star Trek Spiel zum neuen Film nicht so toll. Zum neuen Film stimmt ja auch nicht ganz. Ja, es ist ja so ein Zwischending. Es spielt ja zwischen dem ersten Film und dem zweiten Film hat da noch eine eigene Story und alles mögliche, aber das macht es jetzt auch nicht viel besser, weil das Spiel sei einfach nicht gut, aber die Story ist doch das Beste. Ja, und wie man hier sieht, schießt man auf Salamander? Es ist halt ein Third-Person-Shooter und da geht es auch mal gegen die Gorn, die kennt man vielleicht nur aus der alten Serie. Was denkst du, das alles um? Ich weiß nicht, aber ich verwende, es wird nicht so schön sein. Ja, und diese Echsenviecher haben es auf so eine apokalyptische Waffe abgesehen und Kirk und Spock, die müssen eben in diesem groben Abenteuer mal wieder die Welt retten. Was das Spiel wirklich auszeichnet, sind die Originalsprecher. Die gibt es nur auf Englisch, nur deutsche Untertitel, aber die machen echt einen feinen Job, sind wirklich gut bei der Sache und die Atmosphäre, die Star Trek-Atmosphäre in dem Spiel, ist tatsächlich richtig gut. Spreche meine Schutte und mich in der Bay. Ich bin auf! Captain, in spite of your seemingly endless desire to stretch your legs, I must remind you that you are still a Starfleet-Kaptain. This is clearly a job that Mr. Scott and a few Ensigns could handle, but then I miss all the fun. Man fragt sich natürlich schon, was von welchem Spaß Kirk da redet, denn das Missionsdesign hat zwar ab und zu mal so ein paar abwechslungsreichere Szenen, wie jetzt eine Raumschlacht, aber insgesamt das Spiel halt extrem monoton. Ja, und wobei man auch sagen muss, die Raumschlacht, da steuert man die Enterprise auch nicht selber, sondern ballert nur viel um sich. Ja. Es ist eben ein linearer Third-Person-Shooter und da braucht man jetzt auch nicht erwarten, dass es ein ganz fantastisches Level-Design geben würde oder sowas. Es ist eine wirklich miese Lizenz-Versoftung und teilweise haben die Entwickler halt wirklich, ich weiß nicht, was sie da geritten hat, zum Beispiel so ein Unterwasser-Level, wo man Minen ausschalten muss und alle paar Minuten explodiert. Hm. Da bin ich lustigerweise so durchgeschwommen, ohne eine Mine auszunehmen. Das geht auch. Das sieht jetzt mal richtig hübsch aus, ja, so eine Weltraumsequenz, aber auch hier wieder, du kannst nur zwei Zentimeter nach links und rechts steuern, da hast du wirklich keine spielerische Freiheit dabei. Aber es sieht doch schön aus. Kapitän, wir haben ein Problem. Das fängt bei diesen Minispielen an, die man eigentlich bei jeder zweiten Aktion machen muss, davon ist keines irgendwie spannend, man muss irgendwelche Frequenzen aufeinander abstimmen. Ja, also da habe ich schon bessere Sachen gesehen. Das Gute ist ja, die meisten davon kann man Spock überlassen, beziehungsweise Kirk, je nachdem, wen man spielt. Nur bei diesem einen Spiel hier muss man wirklich zu zweit an so einer Konsole stehen. Ja, und sonst, diese anderen Dinge kann eben die KI übernehmen. Das ist auch das, eines der wenigen Sachen, die die KI auch kann. Das hat sowas von Snake so ein bisschen, ne? Ja. Es gibt ein Upgrade-System, man sammelt Erfahrungspunkte und da kann man neue Fähigkeiten erlernen. Die sind aber jetzt wirklich nicht unbedingt nötig, also ich habe sie nicht sehr oft benutzt. Die Trikorder-Dinger sind schon noch ganz nett, also gerade dieses Granatenhacken, aber ich gebe dir recht, die Waffenfähigkeiten braucht kein Mensch. Es fühlt sich allgemein das Spiel sehr an, als ob da sind ein paar gute Ideen dabei, aber halt alles sehr schlecht umgesetzt. Auch diese Klettereinlagen, da sind die Animationen halt ganz schlimm und das macht auch wirklich keinen Spaß. Also, es ist kein Action-Adventure, es ist ein Actionspiel und ab und zu klettert man eben mal ein bisschen und wow. Ja, ein Witz ist auch die KI des Spiels und allgemein die Feuergefechte. Die haben mir einfach keinen Spaß gemacht. Ich finde halt, was man hier jetzt sehr schön sieht, die Gorn verhalten sich halt teilweise echt dämlich, wenn sie zum Beispiel vor einer Deckung oder neben einer Deckung in Deckung gehen und sich schön abschießen lassen. Das ist halt ein bisschen schade. Danke für die Schade. Immerhin verhält sich der KI-Partner halt stellenweise intelligent, indem er einen wiederbelebt und so weiter. Und natürlich in einem Star Trek-Spiel, das kann eigentlich nicht fehlen, ein Arena-Kampf. Schön, ne? Und so spannend. Ein bisschen Quick-Time-Event. Oh, und Glitches gibt's auch. Jede Menge. Clipping-Fehler. Da sind in dem Spiel einige dabei. Ja, also allgemein ist es wirklich so, als ob das Spiel extrem unfertig wirkt, als ob da, ich weiß nicht, sechs Monate hätten die eigentlich nochmal daran arbeiten können. Leider haben sie es nicht gemacht und rausgekommen ist ein ganz, ganz schwaches Spiel, das mich sehr gelangweilt hat im Test tatsächlich. Wie übrigens sieht es das Deckungssystem. Man kann von Deckung zu Deckung hübschen. Funktioniert aber auch nicht wirklich gut. Was zur Hölle ist das? Ja, was zur Hölle dieses Spiel ist, das habe ich mich auch öfter gefragt. Es ist für Star Trek-Fans ganz erträglich aufgrund der Atmosphäre, die wirklich ganz nett ist. Die Story ist okay, aber das allgemeine Gameplay funktioniert einfach nicht und ich fand es extrem monoton. Lieber nicht kaufen, auf jeden Fall nicht zum Vollpreis. Bein uns auf, Mr. Scott. Bye, Captain.